Aber es hat uns gerade abgefuckt, weil der kam die ganze Zeit in das Team rein. Oh, Junge, warum wollt ihr irgendwie ein Lucha-Bag? Was ist denn das? Darf ich nicht? Lass mal, Zone. Aber ich hab ein Jump-Hit. Wollen wir mal Jump-Hitten? Nee, wir hebt das auf, als es nachher stressig wird. Ich hab ein Medi-Kit. Oh, ich hab drei Med-Kits und drei Minis, also. Jo. Ben kann am Ende nur den Baum zur Hälfte anhacken, dann wissen die auch nicht, dass wir den gerade so ein bisschen gelootet haben. Jo, komm, lass mal Zone. Kein Bock, dass das jetzt so anstrengend wird, Alter. Wie meine Haare aussehen, wenn ich hochspringe. Und mit diesem Backlink, Hilfe. Jetzt hab ich Aura, Kristall und jetzt fehlt mir nur noch Ruby. Nun hab ich mal, Ruby war vor kurzem Shop, Alter, den wollte ich mir erst tröne, aber da hab ich mir gedacht, nee. Und jetzt ist es mir gesagt, dass du so viele hast, dann hätt ich gefragt, ob du mir den holen kannst. Da ich hatte so viele wie Bugs, Alter, ich hab safe für 50 Euro oder so aufgeladen gehabt. Hier, komm mal, hier ist was für dich. Oha. Einfach mal so random auf irgendeinem Basis. Natürlich, natürlich. Ich hätte sofort nicht gerade gehört, dass ich mich beschwert habe, dass ich keine gute Waffe habe. Ich in Epic Games sind ja beste Freunde. Nee, Spaß, ich hab den früher immer so oft geschrieben wie mein Epic Account. Versuch mal den Biggie mitzunehmen, dann haben wir Biggies, Minis und MacKids. Ich hab mir grad hier die taktische, aber ich kann mir taktische Verbesserungen nehmen. Ich hab eine Trauthek, Alter. Dann hol die Pum, dann hol die Pum. Nee, ich hab's Pum, ich kann Pum nicht spielen. Aber hier unten liegt ein bisschen Loot, aber... Ich sehe jemand? Auch das ist ein Shadowhandler, Schade. Ja, ich hab die Pum, ich hab die Pum. Ja, da ist jemand, oh. Ich hab grad gar nichts geteckt. Aber er ist zum Glück lost. Frag ich nur, wie so ein Typ überleben kann. Alter, als ob ich keine Shotgun-Money mehr habe, aber hast du ein bisschen Shotgun-Money? Ja. Okay, bei mir ist ein Gegner. Ich komm sofort zu dir. Ich hab die Tick gemacht, die Zone, weil ich bin leider in der Zone. Äh, weiß ich nicht. Ich glaub, zwei oder drei, keine Ahnung. Okay, was hab ich eigentlich gucken? Ja, hier liegen. Ich hab hier mindestens noch zwei gesehen. So, hier ist noch eine, aber ich hab grad keine Tick gemacht, aber ich bin zufrieden, Dig. Ach, jawohl, und hier liegt die grüne Tick, okay. Okay, hier von diesem Gegner. Und wir fern dort. Oh, Likis, hast du die Sniper mitgeholt? Nee, ich hab die Sniper nicht mitgenommen. Ich hoffe, ich hoffe mal die Gegner haben das nicht mitgenommen. Ja, bruh. Mach schnell. Ja, okay, du stirbst, komm, komm, komm. Stab jetzt eh. Flick, flick, flick. Oh mein Gott, zwei HP. Ah, ich hab's nicht gehört, die Sniper geholt. Easy. Ähm, hast du ein bisschen, wie heißt es, äh, Snipermonie? Natürlich hab ich das 30 Schuss. Äh, hast du Rocketmonie, sag ich? Ja, so, ich muss grad nur gucken, wie ich hier reinkomme. Hier. Hier. Wie? Achso, ja, schon, danke. Rocketmonie? Jo, und Shotmonie wäre auch cool. Ja, äh. Kuss. Naja, in der Europäer kann ich auch mit gerne mitnehmen. Ich hab einfach mal die, ich hab dir einfach die Hälfte gegeben von mir. Oh, 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 nein, nein, komm, komm mit, wir nehmen direkt die Hubschrauber in die Zone. Also, weil ganz gut gucken, ob da Munition ist. Ja, aber die Zone ist nicht gerade. Nein, nicht wieder im Wasser. Nein, ich hatte mehr in der Nähe zuändern. Ne, komm doch mal zum Hubschrauber. Ich hab keine slightly Mathias pataie muss immer Schmerz gehen und bleibt dann er hat die Garen die Garnett ist faktisch wieder so ab alter dass sie sich etwas verpasst was was ich habe das auch in der Jahr natürlich natürlich wird sie jetzt natürlich wieder alles geben Oh mein Gott Digga der Typ natürlich und er stoppt sich den Kinn natürlich wieder ab Digga das ist so typisch ich muss sagen wir wollen es ver also über dein Inventar reden wir jetzt mal nicht aber egal ja natürlich ist warum hat das direkt ein Medkit genommen obwohl ich im Baumanü war Digga alles klar das war es mal wieder komplett er hat mich weggegangen der Penner du Hurensohn was was Ok, jetzt fängt er auch noch an zu wachsen. Wohndiger ok kann aber seine Fresse hat nur ich hafte diesen Schwarzen über mir ich schwöre es sind immer wenn ich noch Musik am Markt beschwert er sich oder was da alles klar sogar für den Schaden sie sind einmal hätte das rausgegangen da in der Nähe zu ziehen 1 und die denn so leute die Themen ich finde das nie herrung bis sie anziehen von vielen meinen hier denke ich aber nicht Nach der Runde gehe ich mit meiner Oma erst mal einkaufen. Könnt ihr? Jo. Ich habe es sowieso eine Stunde. Ich weiß nicht, ob du dann auch noch mal zocken willst. Ja. Äh, lass mal versuchen, ihn mal zu suchen, der abklatscht oder so. Ja, mal gucken. Wenn nicht, ich kann dir auch einfach meine Nummer gehen, dann schreibst du mir einfach, wenn du wieder zocken willst. Das braucht kein Ding, wenn du das willst. Ja. Degas. Degas. Ich will einfach so mühle. Lass dir einfach schnell Waffen holen und lass dann Leute suchen. Na, ich glaube, hier gibt es kaum Leute, Degas, die das machen wollen. Nicht in Holy. Und ich würde schnell Waffen. Nicht eine Waffe finden. Ich habe eine Waffe, ich habe eine taktische und normal. Und ich habe es hier. Ich habe es hier. Aber wo war. Und ich war es hier. Ich habe es hier. Da muss auch nichts zu tun. Und ich habe es hier. Ich habe es hier. Also eben die Team von Namini. Und dem Werft. Ich bin hier. Also ich habe sechs Minis, wenn du willst. Äh, Sprachwetter. Ist jemand bei dir? Ja. Äh, hallo, ich konnte mich gar nicht verwegen. Was ist das mit dem Scheiß? Sag, wenn du Hilfe brauchst. Heil Katze. Ich habe gedacht, wir sind das. Nein, Bruder, nein. Jetzt nicht. Was ist los? Nicht jetzt, Bruder, nicht jetzt. Oh, bei mir ist es auch ein Gegner. Wir kommen sofort. Alter, ich habe gerade zwei Leute geholt. Äh, mit... So, hab alle beide. Schließe deine Kontrolle erneut an. Oh mein Gott. Warte, ich komme zu dir. ... Was ist das? �jamalte Ausgabe... Ich bin... 取azi rechts inschreie kein Ding für den Kind nun sagt die richtige Kindlein das ist es für wir sind für den Faktenheit nun ich habe schon ein Tektor zu machen ich nehme lieber die Traurteil kann Schöpfe und auch so du sagst so knapp praktisch du hast ja die Verwässerung Ja, wenn ich genug Metz habe für... Dann finde ich ja noch eine gute für dich. In Grün. Bitte? Was ist das denn? Das ist eine blaue Tag. Nach dem BG. Und hier. Ehrenfreund und das habe ich schon, trotzdem danke. Okay, weil ich habe eins gerade weggelegen, weil es ja nicht geben, weil ich habe ein... heißt das... ...ein da ausgefunden. Okay. Ich habe mal mit einer Freundin so machen, wie es nachher so die Challenge mit der ich gestern auch live war. Ähm, dass wir nebenbei den Skin und werfen dann Klongranaten. Und dann wollen wir die Gegner komplett triggern, weil die denken sich auch nur so, ähm, warum sind's... ...sind davon so tausend Stück geführt. Ja, mein... ... 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 da kann wenn du so Kartons findest, vielleicht will ich was ausprobieren die Kartons sind schon mein, ich liebe dieses Zeug, Alter, ich hab das immer, wenn ich die finde dabei krieg ich ganz gut, ich geb sie dir auch gleich wieder zurück wenn ich deine auch finde, ja und bei dir zu rauchen Karton, wo du dich drin verstecken kannst und rumlaufen kannst nein, ich frage das ja, wenn, äh, verschießt jemand ich weiß, ich muss was ausprobieren da, mit denen ich habe gedacht, ich muss, äh, ich zieh ganz und auf ihn schießen nicht ich habe es auf Hände geschmiert, die haben wir automatisch schießen wie sie, äh, wie sie geklaut hat, voll abgestoppt es hat mir noch das Medikamente, ich komme, es geht los hab schon, äh, eins gehabt, deswegen ich meinte, Fisch mit, ich nimmst als Kompliment richtig ich hab die Leute, die äh, die mit dann, die freundlich miteinander sind wenn man so mal gut ausdrückt ich glaube, die sterben immer am Anfang, denke ich aber was meinst du? keine Ahnung wir haben auf jeden Fall welche lass mal Leute suchen vielleicht ich bin schon dumm, ich will mir das nur, weil es gold ist die ganzen Mädchen hier, die immer noch gold abziehen sicher auch so es geht doch nicht guck mal, hier ist eine blaue Haare die hab ich ja was so, okay, da kann ich dir nur gesagt, ich habe gesagt, ich nehme extra die Gäune hat sie irgendwie hübsche noch das mal irgendwo hinfahren, wenn da nicht da die Zone ist, wo du denkst, da könnte welche nette Leute sein Hedau'nd nur, ich hab's nicht so mit netten Leuten hier kannst du medkit mitnehmen, noch zwei Schüsse in der Träne hier ist auch noch eins zu ich hab schon, äh, drei ich brauche ich nicht, danke hab alles gerade, was ich brauche Femini zu sprengen was sie noch und weg ist das Schild pass auf, ich versuche zu snacken, ich versuche mal zu dem Buch kommst du mit, ich hab Angst, wenn ich allein zu ihm hochgehe warte, bei mir ist welcher so, ich komme alles klar, Digga, von wo hat er gesniped was? ja, die mystische Waffe äh man sagt ja, die Schwitzer sind die ganzen Fußballskins richtig komm, eine Runde schaffen wir ja noch ganz schnell ja, okay, weil du es bist ja wir gehen mal in den Ort, wo wir, wo wir Leute zum freundlichen treffen mal gucken das ist dann aber wirklich die letzte Runde hätte das jetzt getroffen, hätte ich gedacht, er hat einen Bot was? 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 Digga! Die vor mir die Aura fliegen komplett mit ihrem Handy irgendwo rein! Juhu! Ich will mir kaum in den Mülleimer schmeißen und schmeißen ihn daneben Und ich bin gerade über mein eigenes PlayStation-Kabel geflogen. Schön traurig. Aber egal. Scheiße, ich bin zu klein. Ich habe gleich mit langem Arme und kann irgendwie hochgehen. Ich kann einfach so meinen Arm hochholen. Könnte man ein Fenster aufhauen. Nee, zu kurze Arme. Okay, wo können wir denn schönes hin, wo wir nette Leute treffen? Wir können ja nicht übergucken. Sprengst du? Ja. Leute, du bist bis jetzt nicht rausgesprungen. Was ist los? Wirklich? Nee, komm, verpiss dich mit Lazy. Lazy sind nie nette Leute. Ach doch, das wird schon. Ich hab' immer nur gemobbt. Ich hab' immer nur gemobbt. Ähm, Malon, ich hab' neues Handy und ich hab' dich da, glaub' ich, nicht hinzugefügt gehabt und das ihn kann ich jetzt nicht sehen. Sag' mir, du jemanden selbst gefunden hast. Ja. Ich muss mit einer Hand jetzt mein Joghurt aufmachen. Ich muss mit einer Hand jetzt mein Joghurt aufmachen. Digga, aber macht mir auch mein Joghurt mit seiner Fresse auf. Okay, ich hab's immer bekommen. Das ist so'n, äh, so'n Knautsch-Dings da. Zum Essen, was kleine Kinder eigentlich immer essen. Aber ess' ich jetzt einfach so. Mh, bruh. Ich ess' da so'n Fockerei. Mh! Mh! Nein, aua! Arschloch. Aua! Ich hab' keinen Rektor-Arsch! Oha! Was ein Arschloch! Er hat das auch gemacht! Der, äh, eine Teammate war bei mir, aber der andere, da musste natürlich wieder alles versauen. Hör, hör'n Gott! Mein Teammate, äh, sein Teammate hat mich angeguckt und der andere kam dann und hat mich, äh, gelasert. Bastard, Alter! Mh! Ey! Wirklich los! Ähm, rechne bitte ungefähr um eine Stunde mit. Ich schreib' dir gleich meine Nummer und schreib's einfach, ob du dann Zeit hast oder nicht. komm! Mh! Dann muss ich gleich, oder was nachher, wie auch immer. Viel Spaß dir noch! Jetzt halt' ich verdammt was sagen. Jetzt hab' ich keinen mehr, der am Stream schaut. Oh ja, wer ist noch am Stream? Vielen Dank.